hallo herzlich willkommen bei stefan probiert und tütchen nummer vier von meinem snack adventskalender es ist sehr leicht deswegen bin ich schon ganz gespannt auf was da drin ist italien und zwar pane di stelle also sternenbrot würde ich das mal sagen ist aber ein keks bisco crema ein stern der ganz aus milchcreme besteht italienische schokoplätzchen mit milchcreme im zentrum wohin führt wohl dieser stern ein stern der volle schoko ist so klein und so eine lange zutatenliste lass mal will ich nicht haben verpackung ist auch einer für mich das sieht ganz nett aus und das ist ja also hier ist keks da ist schokolade und da ist der ist nicht so süß die schokolade ist relativ herr am liebsten würde ich den zweiten auch gleich essen und den kriegt man eine süße also das wenn ihr das irgendwo man entdeckt damit bis zum nächsten mal tschüss